Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 1. August 2022. Heute gab es ein Aufmunterungsevent für Feuerjunge auf Island. Einige Inselbewohner haben dieses Event organisiert, um Feuerjunge aufzumuntern, nachdem er in einen Hundehaufen getreten war. Einer nach dem anderen spendete Feuerjunge ermutigende Worte. Ermutigt durch die tröstenden Worte sagte Feuerjunge mit neuem Selbstbewusstsein. Jetzt weiß ich, was echte Freundschaft bedeutet. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Etwas Verrückteres als das kriege ich ganz bestimmt hin. Jedem das seine. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Junge Blue. Der 1. August war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten.